Hallo und herzlich willkommen. Moin Moin, liebe Landwirtschafts-Rollator 2015. Let's Play Freunde hier. Mal wieder die nächste Runde. Der Rest Saatarbeiten auf diesem Feld. Noch einmal hin und zurück, dann ist es fertig. Inzwischen gucken wir nochmal, was die anderen alle machen. Der macht zum Beispiel gerade eher gar nichts, außer sinnlos im Bäum rumzustehen. Und da uns das vielleicht noch öfters passieren könnte, hier müssen wir einmal hier noch vorfahren. Kann er auch zweimal machen. Der kommt zurecht. Er wird auch eigentlich nichts mehr im Weg sein. Bei der Hits. Erstmal hier wieder wechseln. Okay, stopp. Aber ich meine, da in die Richtung sind wir ja auch schon gefahren, oder? Ich sehe das nicht so gut. Für mich sieht das alles ziemlich gleich aus. Ich könnte höchstens noch einmal in diese Richtung fahren. Dann gucken wir, wenn er anhält. Das wissen wir, ist nichts mehr. Wenn er aber nicht anhält, wissen wir, okay, da ist doch mal ein bisschen. Ja, scheint nicht mehr wirklich was zu sein. So, dann geht es mit unserem kleinen Düngerstreuer hier weiter. Ja genau, vielleicht mal Auge auf im Straßenverkehr. Ich hatte gerade überlegt, welche Felder, aber das sind ja hier oben noch zwei. Und habe mal wieder nicht darauf geachtet, wo ich dann hinfahre. Und natürlich die Leitplanke nicht gesehen. Hervorragend. Fällt ja gut an hier heute. Am Feld fahre ich jetzt aber nicht vorbei. So, das ist dieses kleine Feldchen hier. Hat er auch schon wieder was geschafft. Ein bisschen langsam irgendwie. Und der ist auf diesem Feld komplett fertig. Okay. Da müssen wir auch da hinten noch, ne, wenn der da übersetzt. Aber der braucht noch ewig, bis der hier fertig ist. Aber wir können ja auch die... Ach ne, kann man nicht, weil die geerntet sind. Ne, sind sie nicht, weil wir ja eine neue Map gestartet haben. Wir können ja auch vorher hier schon düngen. Wir wissen, dass wir sowieso danach mit dem da rüberfahren. Können die Felder ja schon ruhig gedüngt sein. Das stört ja gar nicht. Das hier meine ich mir nicht. Kann er weitermachen. So, kann er. Okay. Das war klar. Hat hier nicht so häufig gut funktioniert. Ist der Helfer schön festgefahren. Wir sollten, wo wir jetzt aber gerade hier sind, denke ich, hier zum Beispiel vorfahren. Das ist ja eine coole Kapazität in diesen Sämaschinen. Man muss nicht so häufig nachfüllen. Okay, wir hängen. Hängen wir fest. Jetzt nicht mehr. Passt gerade so. Alles besät. Alles gesät. Alles besät. Alles wird mir in Samen gelegt. Funktioniert. Stimmt. Ich glaube, das kleine Feld haben wir dann ja auch noch. Da ist diese Technik ja eigentlich nicht so groß. Wir müssen dann ja auch nochmal auf die Insel. Und da haben wir ein paar Felder. So, es wird eine lange, arbeitsreiche Nacht auf jeden Fall. Denn man kann natürlich keine Möglichkeit vorschützen. Wir müssen die Nacht durcharbeiten. So, das passt. Brauchen wir uns erstmal nicht drum zu kümmern. So, er, genau. Hört einfach hier oben an, obwohl er auch noch nicht ganz fertig ist. Muss noch einmal zurück. Oh, nein, 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 nein. Das klärt er immer nicht ganz so gut drauf hier, ne? So. Der verdreckt leider nicht. Verschuldige, muss sein. Okay, arbeitsrecht macht man irgendwie anders an. Ist ja auch egal. Wir müssen uns ja ziemlich kurzfristig entscheiden, was wir Feld 41 sehen. Und da geht es jetzt hin. Das werden wir ja alles nicht losen. Um uns im Depot zu fahren. 41 und 39 und 38, alles Raps. 40 dafür aber irgendwie Gerste. also wir werden bisher mehr raps natürlich sehen aber auch weizen und gerste nicht vergessen so feierabend hier macht die biege oder macht ihr die klappe runter vom feld und hier kann man sich natürlich auch noch mal in grasfeldern recht auslassen was denn hier mit dem der waren leuchte einmal überführung sonnenuntergang dann ist dunkel wir wollen nach vorne gucken weil ich jetzt nichts am verkehr auch sehr schön wir müssen uns hier wieder absehen brauchen wir auch nicht umstellen und vergleiche an den windmüll vorbeikommen haben wir einfach mal hier so an okay das macht irgendwie komisch hin das war eigentlich auch gar nicht gewollt dass er so viel vorarbeitet auf jeden Fall ein Feld das noch gedüngt werden muss na genau du kannst hier weiter arbeiten so der ist jetzt auch ja das ist wir haben den echt auf die blöde Seite der braucht so lange immer beim wenden weil wer ständig wendet und wir auf der kurzen Seite haben fahren lassen das kostet viel Zeit mit dem Helfer ein bisschen blöd so was haben wir noch irgendwas haben wir noch und den zum Beispiel der hat es echt geschafft das ganze Feld zu düngen fährt noch einmal zurück vermutlich und dann ist das Feld hier schon fertig gedüngt oder komplett hingekriegt hätte gedacht der verfährt sich hinten am Haus oder irgendwo hier auch noch ein bisschen Binge ein bisschen Graben schon was für das Grundwasser tun hier ist noch ein Pixelbaum das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen naja muss ich mal dann denken von einer nächsten Map Version Pixelbaum entfernen da ist noch einer da ist noch einer das fällt in einem Editor gar nicht so auf dass man da noch diese Oak Trees oder wie auch immer sie heißen hat dass wir die noch nicht ausgetauscht haben na Gammelbäume haben wir endlich wieder Gammelbäume so das Rapsfeld da drüben noch düngen dünnen stopp danke dann sehen wir den Düngerstreuer auch schon mal gut davor ich denke der andere wird auch gleich fertig sein mit dem anderen Feld müssen wir sehen dann setzen wir den hier an so ungefähr passt schon glaube ich so müssen drinnen wieder gucken fährt noch fährt noch fährt noch der ist auch echt weiß ich nicht schafft nix das ist zwar ein großes Maisfeld aber er ist echt nicht der schnellste gut der Düngerstreuer ist tatsächlich dann auch fertig kann auch da drüben hin da kommen wir ja er ist nicht fertig wir müssen nochmal umsetzen ok man 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 keine Panik hier der Transporter wird rennen da fahren wir einfach durch den Busch wenn man schnell gehen muss setzen wir den Helfer wieder ein und sind wir schon wieder weg ähm das ist ach so das Maisfeld ok stopp der hat jetzt hier genug vorgearbeitet in diese Richtung weil ich will auch mit dem natürlich auf der langen Richtung fahren und dort wäre die Richtung ein Stück schon noch rüber so lass mir den Helfer erstmal fahren drüben auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal vorfahren weil da klatschen wir sonst am Zaun oder ansonsten Gebäude das nützt nichts dann machen wir das ab ja wir warten was ab dann gucken wir das die Map nebenbei nochmal an so das sind wir in den nächsten so viel im Fall gut Bewegung drin dann stellt man so langsam an seine Kapazitäten mit dem Handeln das alles eben einigermaßen funktioniert und nicht so viele die ganze Zeit immer nur muss rumstehen ja aber wie gesagt noch mehr fahrzeuge möchte ich muss ich mir jetzt nicht zutrauen eigentlich das passt so ja mal gerade klar wenn man jetzt nur große fälle hat und fläche macht zehn helfer wahrscheinlich laufen lassen ohne dass es da eben großartige schwierigkeiten gibt aber dann müssten die felder noch größer sein ups so einmal darüber 22 uhr in wirklichkeit ist es halb zehn sind wir fast zeitgleich kurzzeitig fast zeitgleich aber ist auch egal ich glaube das ist sogar fast die längere seite hinten ist hier noch deutlich schmaler und da kann man das da kürzer vor glaube ich sicher bin ich mir nicht aber da wir hier die ganzen bäume haben lassen wir jetzt in die richtung fahren der tank ist mittlerweile bei der sehmaschine sogar leer aber sie arbeitet trotzdem weiter das ist ja auch bei den original sehmaschinen auch so solange mal eine helfer fahren hat muss man sie nicht wenn man helfer fahren lassen kann muss man sich selber auffüllen dann wird das direkt so abgezogen deswegen sehen wir auch wie das geld runter rast ja mittlerweile die meisten großen sehmaschinen sind nach und nach jetzt leer werden die helfe natürlich auch geld kosten aber wir sind mit 860.000 vorhin letzten folge meine ich also schon 10.000 an saatkosten locker ausgegeben ok ist auch nicht gerade besonders weit geht also dieses feld hier macht nicht ein bisschen probleme nicht das erste mal dass wir hier verhakt haben müssen wir hier mal zweimal selber vorfahren haben wir auch keine probleme mehr gucken uns in den nächsten neuen folge an machen wir morgen weiter ich danke euch immer fürs zuschauen ich freue mich über likes kommentare wenn ihr aktiv dabei seid ich wünsche euch noch einen schönen abend und freue mich euch hier morgen zu begrüßen bis dahin tschüss